Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über eine neue Verordnung, die von der EU beschlossen wurde und nun bald in Kraft tritt. Es geht dabei um die permanente Überwachung von Autofahrern, denn mit dieser neuen Verordnung erreicht die Überwachung tatsächlich eine völlig neue Dimension. Um das Fahren vermeintlich sicherer zu gestalten, werden schon bald Sicherheits- und Geschwindigkeitsassistenzsysteme in Neuwagen zur Pflicht. Das ist allerdings erst der Anfang, denn die EU hat weitere große Ziele, nämlich bis 2050 sollen die Verkehrstoten tatsächlich auf Null gebracht werden. Da bleibt am Ende nur die Frage, mit welchen Maßnahmen, Einschränkungen und Verboten man dieses Ziel erreichen will. Wenn ihr wissen wollt, was jetzt auf Autofahrer zukommt und wo die Reise am Ende tatsächlich hingehen soll, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Die Schlinge im Bezug auf die allgemeine Überwachung zieht sich immer weiter zu und dieses Mal trifft es die Autofahrer. Schon vor zwei Jahren hat die EU eine neue Verordnung beschlossen, die nun am 6. Juni zum Teil in Kraft tritt. Ab diesem Tag müssen alle neuen Fahrzeugtypen mit einem intelligenten Geschwindigkeitsassistenten ausgestattet sein. Dieser Assistent nennt sich Intelligent Speed Assistance, kurz ISA. Betroffen sind PKW, LKW, Transporter und Busse. Fahrzeuge werden mit diesem System in Echtzeit überwacht, was das genau bedeutet erklären wir gleich noch. Von nun an müssen also alle neuen Fahrzeugmodelle einen obligatorischen Rückfahrt-, Notbrems- oder Notfallspurhalteassistent besitzen. Ebenfalls müssen sie mit einer Müdigkeitserkennung, einer Alkohol-Wegfahrsperre, einem Sicherheitsgurtwarnsystem und mit einer Blackbox ausgestattet sein. Ab Juli 2024 müssen dann generell alle neuen Fahrzeuge damit verpflichtend ausgestattet sein. Modelle deren Typzulassung schon früher erfolgte, dürfen ab dem 7. Juli 2024 nur noch mit ISA verkauft werden. Wer sich also in nächster Zeit den aktuellen VW Golf kauft wird diesen noch ohne ISA erhalten, da das Modell seine Typzulassung vor dem 6. Juli erhielt. Ab Mitte 2024 muss aber auch eher den Assistenten an Bord haben. Das heißt im kommenden Modell wird ISA auf jeden Fall verbaut sein. Verkauft wird uns diese neue Art der Überwachung mit der Begründung, dass es zu unserem eigenen Schutz sei. Nach Angaben der EU möchte man den Straßenverkehr sicherer gestalten und Verkehrsunfälle reduzieren. In Diskussionen wird dabei immer wieder betont, dass man den Mensch als Unfallfaktor ausschalten möchte, da der Mensch der eigentliche Schwachpunkt ist und nicht die Technik. Auch eine Ausweitung der Überwachungssysteme auf gebrauchte Fahrzeuge, also eine nachträgliche Einbaupflicht, ist nicht undenkbar, denn die EU fordert tatsächlich bis zum Jahr 2050 null Verkehrstote. Wie weit all das am Ende noch gehen wird, kann man nur erahnen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten brachten es wie folgt auf den Punkt. Zitat. Christian Rauch erläutert die Folgen, das Auto muss den Fahrer also erinnern regelmäßig nach vorne zu schauen. Damit dies nicht nervt muss der Computer wissen wann der Fahrer wegschaut. Sensoren werden seine Tastendrücke messen und Kameras seine Bewegungen überwachen. Eigentlich ein nerviges Szenario und eine ärgerliche Ausweitung dessen was Shoshana Zuboff Überwachungskapitalismus nennt. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Die komplette Überwachung wird ermöglicht, weil ISA mehrere Systeme intelligent miteinander verbindet. Mit der Verkehrszeichenerkennung, dem Tempomat und dem Tempobegrenzer will man zukünftig zum Beispiel unterbinden, dass Autofahrer zu schnell fahren oder andere Fehler hinter dem Steuer begehen. Fährt man zu schnell, wird man durch optische und haptische oder akustische Signale gewarnt, dass man die erlaubte Geschwindigkeit überschritten hat. Das können Warnhinweise im Sichtfeld sein, ein Warnton, ein vibrierendes Gaspedal oder eine Kombination aus all diesen Signalen. Der Überwachung sind da nur sehr wenig Grenzen gesetzt. Das System kann auch den Gegendruck des Gaspedals erhöhen. Will man also das Tempo halten, müsste der Fahrer dann stärker auf das Pedal treten. Mit dem Notbremsassistent kann das Fahrzeug in erkannten Gefahren abbremsen, zudem greifen Fahrzeuge mit der ISA Ausstattung konsequenter ein, um die Spuren zu halten. Mit der Müdigkeitserkennung wird das Fahrverhalten des Fahrers genau analysiert, um dann mit akustischen und optischen Zeichen darauf hinzuweisen, dass Pausen eingehalten werden müssen. Und neben dem Rückfahrassistenten und dem Sicherheitsgurtwarnsystem verfügen alle Wagen mit ISA über eine Vorrichtung zum Anschluss einer Alkohol-Wegfahrsperre. Wie bei der Blackbox im Flugzeug sollen auch Autos in Zukunft über einen Datenspeicher verfügen, mit dem sich ein Unfallhergang genau rekonstruieren lässt. Verhalten wir uns also im Straßenverkehr nicht richtig, kann das Einschreiten des Systems so weit gehen, dass ISA die Leistung des Motors drosseln oder sogar abschalten kann. Selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln des Menschen ist nicht mehr gewollt. Vorerst soll es noch für Autofahrer möglich sein, den intelligenten Geschwindigkeitsassistenten durch kräftiges Drücken auf das Gaspedal zu überstimmen. Auch soll sich das System vorerst noch ausschalten lassen, allerdings müsste man das bei jedem Neustart des Autos machen, da ISA für jede Fahrt immer wieder standardmäßig eingeschaltet wird. Bis die Abschaltung aber nicht mehr möglich ist, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur noch eine Frage der Zeit. Beschlossen wurde auch, dass in den ersten sieben Jahren auf Autofahrer für das System keine zusätzlichen Kosten zukommt, danach ist es den Autoherstellern aber erlaubt eine Gebühr für den Assistenten zu erheben. Dann werden mit Sicherheit laufende Kosten auf uns zukommen, wie zum Beispiel in Form eines Abos. Verständlicherweise warnen Datenschützer und Automobilverbände vor dieser massiven Überwachung. Doch wohin die Reise jetzt gehen soll, zeigt sich immer deutlicher. Denn schon im Juni 2017 trat das Gesetz zum automatisierten Fahren in Kraft. So schrieb beispielsweise das Bundesministerium für Digitales und Verkehr folgendes. Zitat Deutschland soll eine Führungsrolle beim autonomen Fahren einnehmen. Um das große Potenzial des autonomen und vernetzten Fahrens optimal zu nutzen, will die Bundesregierung die Forschung und Entwicklung vorantreiben und damit die Mobilität der Zukunft vielseitiger, sicherer, umweltfreundlicher und nutzerorientierter gestalten. Zitat Ende. Wir verlinken euch die Seite in der Videobeschreibung. Vollständig selbstfahrende Verkehrsmittel hat es in Deutschland bisher nur in Pilotprojekten gegeben. Das FZI hatte zum Beispiel in Karlsruhe in einem Projekt mit autonomen Kleinbussen Menschen zu Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs gebracht. Weltweite Projekte zeigen dabei allerdings, dass es auch zu Zwischenfällen kommt. Erst im letzten Jahr hatte bei den Paralympischen Spielen in Tokio ein autonomes Shuttle einen Sportler angefahren. Hier kommt die große Schwachstelle der künstlichen Intelligenz zum Tragen, denn das System hatte das Verhalten eines sehbehinderten Menschen falsch eingeschätzt und damit gerechnet, dass er stehen bleiben würde. Neben der Überwachung und der Frage der Sicherheit, kommt ein weiteres Problem hinzu. Denn dadurch, dass die Kraftfahrzeuge immer mehr Technik in sich haben, besteht auch die Gefahr von Funkstörquellen, so zum Beispiel in Tunneln. Und nicht zuletzt sollte man auch die Hacker-Problematik beachten. Mögliche Angriffe aus dem Cyberspace auf Autos sind damit immer wahrscheinlicher. Der ADAC weist wie folgt darauf hin. Zitat. Ein Auto, das permanent online ist, kann genauso zum Ziel von Hackern werden wie ein PC, ein Laptop oder ein mobiles Endgerät, das mit dem Internet verbunden ist. Außerdem dürften autonome Fahrzeuge künftig regelmäßig Software-Updates benötigen, auch hier nähern sich Computer und Auto einander an, zugleich entsteht ein neues Einfallstor. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Beenden möchten wir das Video mit einem äußerst passenden Zitat aus einer älteren Rede von Guido Westerwelle. Zitat. Man kann mit dem Vorwand man schaffe Sicherheit jedes Bürgerrecht in Zweifel ziehen. Man kann mit dem Vorwand die Sicherheit brauche das, jede gesetzliche Verschärfung beschließen. Wir wehren das ab wo wir können, in der Bundesregierung im Parlament. Aber meine Damen und Herren, wir brauchen auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen auch selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich den Satz nicht gefallen lassen, wer nichts zu verbergen hat sollte sich doch gefälligst nicht beklagen. Nein, wir wollen ein Volk von selbstbewussten Staatsbürgern und nicht vom Staatskunden, nicht von Untertanen. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Ist dieses Überwachungssystem Fluch oder Segen? Schreibt uns dazu eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. Bis bald. Bis bald.